jo leute was geht's zu einem weiteren video von mir und ja leute heute zeige ich euch wie ihr unendlich fallschirme droppen könnt also von eurem körper ausziehen könnt und ja leute dieser glitch ist wirklich einfach und solo das einzige was ihr machen müsst ihr müsst euch als CEO registrieren und ja dann müsst ihr einfach nur noch auf euer Inventar hier draufklicken und dann auf ne auf Stil Fallschirm und Fallschirm muss auf jeden Fall ein sein also dass ihr den sieht wenn ihr den jetzt nicht anmachen könnt müsst ihr einfach nur kurz in irgendeinen Helikopter einsteigen wie ich jetzt hier kurz zeige und wieder aussteigen dann habt ihr automatisch einen Fallschirm und könnt den anmachen wenn ihr den Fallschirm an habt ist egal was ihr für einen Fallschirm Rucksack anzieht oder so hebt ihr einfach mit eurem Helikopter ab und ja ich mache diesen Glitch jetzt hier oder ich zeige euch den weil ich gesehen habe dass der Geldglitch so gut bei euch angekommen ist ich werde wahrscheinlich nochmal einen zweiten Teil davon machen oder nochmal einen neuen wie ihr noch mehr Geld bekommen könnt ja Leute jetzt heben wir ab und ja steigen dann einfach aus dem Helikopter aus könnte sein dass wir Sterne bekommen ja wir sollten dann jetzt noch den Fallschirm ziehen und ja jetzt sind wir gelandet jetzt streift die Frau sich den Fallschirm ab jetzt geht ihr in euer Interaktionsmenü und geht dann einfach auf Verwaltung und geht auf Stil jetzt könnt ihr den Stil so machen also ihr könnt immer den Stil ändern immer wieder so ihr dürft das nicht so schnell machen aber ja damit könnt ihr halt ein paar Leute trollen dass ihr Hacker oder Modder seid und die kommen dann oh mein Gott ich habe einen Modder in der Sitzung ja Leute guckt mal Alter das ist ein Modder guckt euch das an ihr könnt nämlich hier wirklich einen Haufen voll Fallschirmen bauen ja Leute ich hoffe euch hat der kleine Glitch gefallen wenn ja lasst auf jeden Fall ein wir sehen uns im weiteren Video wieder Leute bei 30 Likes gibt es das nächste Video und ja haut rein bis dann